Das alte Bernharzdal Der Bau des Pfarrheims Bilder und Texte basieren auf Aufzeichnungen von Pfarrer Steffler Ein Video von Gerhard Ellinger Der Aufbau der katholischen Jugend war nach den Währen des Weltkriegs und dem Jahre 1945 äußerst schwierig. So wurde von dem damaligen hochwürdigen Herrn Pfarrer Bernhard Kießling und vom hochwürdigen Herrn Thomas Wagner versucht, die Jugend der Pfarre in eine Gruppe zu sammeln. Immer wieder stieß man auf neue Probleme, welche die Jugendarbeit aussichtslos erscheinen ließen. Eines aber festigte die Jugend zu einer Gemeinschaft und zwar das Theaterspiel. Das bildete das Fundament für den Aufbau der Jugend. Nun wurden in einem Raum des Pfarrhofes die Heimstunden abgehalten und die Theaterstücke wurden in Gasthaussellen aufgeführt, was sich aber auf die Jugendarbeit sehr hemmend auswirkte. Im Jahre 1950 kam der hochwürdige Herr Pfarrer Josef Steffler aus Höflein in Südmeeren nach Bernharzdal. Er sah das Problem der Jugend und in ihm wuchs der Gedanke ein Pfarrheim zu bauen. Jeder und auch er selbst war sich bewusst, wie schwer es war, sein Vorhaben auszuführen. Er scheute weder Mühe noch Plage mitten unter den freiwilligen Arbeitern und so wurde sein Plan verwirklicht. In den ersten Februartagen 1953 hielt sich das Wetter nicht in dem für diese Jahreszeit übliche Schema, sodass man mit dem Ausgraben des Grundes, mit dem Sandführen und Betonieren beginnen konnte. Zunächst wurden die alten Stallgebäude, die seit Jahrzehnten unbenutzt waren, abgetragen und das Material zur Wiederverwendung vorbereitet. Unter den Freiwilligen, hier beim Grundgraben, waren vor allem Frauen. Am Fest des Heiligen Josef am 19.03.1952 wurde nach der Heiligen Messe der Bauplatz für das Pfarrheim geweiht, mit der Jugend und allen Messbesuchern. Auf Anregung des hochwürdigen Herrn Pfarrers meldeten sich viele freiwillige Helfer, auch mit Fuhrwerken, die mithelfen, die Baukosten des Heimes herabzusetzten. Die Arbeit ging zügig voran. Die Mithilfe der Pfarrgemeinde, ein Darlehen der Erzbischöpflichen Finanzkammer, manches Entgegenkommen von Seiten der Handwerker, vor allem des Baumeisters Laurent Schultes, hatten den Bau des Heimes so rasch ermöglicht. Herr Pfarrer Steffler versorgte die Arbeiter mit geistiger Stärkung. Der Fürbitte des Heiligen Josef wurde das Anliegen ständig empfohlen. Schon im Winter 1952 wurden 100 Sessel angekauft, knapp vor der ersten Vorführung wurde die Zahl verdoppelt. Kaum war der Saal des neuen Pfarrheims fertiggestellt, fanden die ersten Theateraufführungen statt. Zu Weihnachten gab es bereits mehrere Aufführungen des Theaterstückes »Friede den Menschen auf Erden« mit Musikeinlagen der Ortskapelle. Am 18. März zur Josefife Feier folgte ein bunter Abend mit heiteren Einaktern und Musikeinlagen der Ortskapelle. Das für nächste Weihnachten vorgesehene Theaterstück musste einen Monat verschoben werden und so spielte man im Jänner vier Aufführungen des Theaterstückes »Der Müller und sein Kind«. Ein Jahr später stand das Theaterstück »Es läuten die Glocken auf dem Programm« mit insgesamt drei Aufführungen. Es traurigel ein Singspiel, das Theaterstück »Die Junggesellensteuer« und ein Einakter mit dem Titel »Der Regenschirm« folgten. Die Mitwirkenden der Theatergruppe waren unter anderem Lindmeier Hertha, Schultes Elisabeth, Schmaus Maria, Weinzierl Heigel Alexander, Lindmeier Franz, Jakob Tanzer, Koch Felix, Führer Leo, Bayer Josef, Schliefelner Berner, Jaritz Rudolf, Rühringer Alfred, Bayer Elisabeth, Erdl Alfred, Huber Anni, Zimmermann Gerlinde, Bielitzer Gertrude, Pfeiler Anni, Schultes Ria, Ocrina Richard, Grois Anton, Linhardt Silvia und Sagnal Fritz. In dieser Zeit wurde das Pfarrheim vielfach genutzt. Das Bild zeigt die Ortsmusik vor dem Eingang zu Pfarrheim. »Freizeitquelle der Freude« war das Motto eines Dekanatsjugendfestes mit Musik, Tanz und Theater. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 »Freizeitquelle« war das Motto eines Dekanatsjugendfestes mit Musik». Und die ZDF für funk, 2017